Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Starners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Starners ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Starners war ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu hinterfassen! Und weist euch das einfach Geld rum? Dann bin ich derart mit Belogen! Jederart mit Belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Fussens! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zunge gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Wer sind Sie, der Schöpfchen Partizan? Ich bin Peter Poppera, von mir! Wer Sie mit ihr zusammenbraten? Meine! Haben Sie jemanden von Ihnen? Ja, es ist meine Land. Ich bin meine Mutter, ich bin der Schöpfchen! Untertitelung des ZDF, 2020